Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von Tariftipp.de. Ich begrüße euch bei wunderschönstem Wetter zu diesem kurzen Beispielvideo, das ich mit dem brandneuen Vico View 4 Lite aufnehme. Und zwar mit der Hauptkamera, 13 Megapixel löst die auf. Die maximale Videoqualität ist hier auch eingestellt, nämlich Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Und ja, es gibt hier keinen Bildstabilisator, weder optisch noch elektronisch. Das macht aber nichts, dieses Smartphone ist nämlich sehr günstig, 129 Euro kostet es nur. Ist schon auf den Markt gekommen in Deutschland und ich teste das Wico View 4 Lite gerade ausführlich. Und wenn ihr Interesse habt am Testbericht zu diesem Smartphone, dann schaut doch nochmal auf meinen YouTube-Kanal. Da müsste der Test eigentlich schon online sein. Ja, ich habe wie immer die internen Mikros genutzt und das war es schon mit diesem kurzen Beispielclip. Damit grüße ich euch aus dem hohen Norden und sage Tschüssinger, bis bald. Bis bald. Sollteцен. nueve. Sollte kitten.